Wie war euer Wochenende? Es war ja wieder teilweise hochsommerlich heiß mit Temperaturen über 30 Grad. Heute geht es nochmal sommerlich warm weiter. Hier aus Südwesteuropa, da strömen diese warmen Luftmassen der Höhe bis zu uns nach Deutschland. In den nächsten Tagen wird es aber ein klein wenig kühler werden. Vor allem der Norden bekommt das zu spüren. Da ziehen ab und zu mal Schauer und Gewitter vorüber. Aber im Rest des Landes passiert relativ wenig. Das sommerlich warme Wetter bleibt weitgehend erhalten. Nur an den Küsten, da sinken die Temperaturen zeitweise auf Werte um die 20 bis 22 Grad. Ansonsten immer wieder 25 bis knapp 30 oder 31 Grad. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Montag hier bei wetter.net. Wir steigen direkt mal ein und schauen uns mal die Höchsttemperaturen von gestern Sonntag an. Ganz vorne mit dabei Drier 32,9 Grad. Knapp dahinter Waghäusl 32,8 Grad. Saarbrücken 32,5 Grad. Mannheim 32,1 Grad. Worms 31,8 Grad. Ja und dazu die Frühtemperaturen. Heute Morgen teilweise nach Norden hin eine tropische Nacht. 22,3 Grad. In Basinghausen, Bad Harzburg 22,1 Grad. Auch auf dem Weinbiet im Pfälzer Wald heute früh über 20 Grad. Auch hier eine tropische Nacht. Düsseldorf knapp über 20 Grad. 20,6 Grad. Ja und heute erwarten wir Regen. Das sind die Regensummen bis Dienstagmorgen. Naja, sie halten sich arg in Grenzen. Hier im Norden, da ziehen wir ein paar kurze Schauer und Gewitter vorüber. Grad geht es schon los. Hier bei Schleswig-Holstein an der Nordseeküste vorbei. Geht es dann rüber bis nach Meckpomm. Da gibt es mal mehr, mal weniger kräftige Niederschläge. Es ist meistens nur so ein Schauer- und Gewitterband. Im Rest des Landes passiert bis Dienstagmorgen in Sachen Regenfälle erst mal relativ wenig. Dann bis Mittwochnachmittag. Da gibt es auch was im Westen vielleicht. Da zieht so eine kleine Regenfront vorüber. Die könnte teilweise auch mal hier in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, zwei bis vier Liter Regen pro Quadratmeter bringen. Aber auch hier gilt, in der Fläche ist relativ wenig zu erwarten. Ein Blick auf die Wetterlage vom heutigen Montag. Da kommt diese Kaltfront herangezogen. Und mit dieser Kaltfront hier gibt es eben vor allem im Norden aktuell und auch im Tagesverlauf einzelne hier und da auch kräftige Schauer und Gewitter. Mitunter Starkregen, Sturmböen, Hagel kann mit dabei sein. Nach Süden lässt die Gewitterneigung deutlich nach. Nach hier bleibt es meist den ganzen Tag niederschlagsfrei und auch hochsommerlich warm. Im Südwesten und Süden insgesamt 31 bis 32 Grad, recht viel Sonnenschein. Dagegen hier im Norden und Osten im Tagesverlauf immer wieder einzelne kräftige Schauer und Gewitter. Aber auch hier muss man nicht frieren. 27 bis knapp 30 Grad. Nur an der Küste hier rund um die Nordsee bleibt es kühler 22, 23 Grad. Aber auch das sind wohl kaum Bibbertemperaturen. Wir schauen auf das Wetter in der kommenden Nacht zum Dienstag. Letzte Schauer und Gewitter ziehen nach Osten ab. Dahinter lockern die Wolken auf und die Temperaturen gehen auf 15 bis 8 Grad zurück. Da kann man also mal endlich wieder kräftig durchlüften. Morgen am Dienstag ist ja Siebenschläfertag. Der Tag insgesamt selbst ist ein bisschen durchwachsen. Wir haben nach Norden teilweise Regenschauer. Es wird deutlich kühler sein, überall 21 bis 23 Grad. Nur hier im Süden bleibt es zum Teil noch warm, 25 bis 27 Grad. Aber auch hier viele Wolken. Also morgen ist so ein Tag, da hat es die Sonne relativ schwer. Aber schon zum Mittwoch wird es freundlicher. Teilweise im Norden, aber auch im Süden. Im Süden 24 bis 28 Grad. Im Norden schon wieder 24 bis 25 Grad. Mittendrin einzelne Schauer und Gewitter bis zu 30 Grad Richtung Rhein-Main-Gebiet. Und der Blick in die zweite Wochenhälfte hinein. Es bleibt warm bis heiß. Im Süden bis zu 31 Grad am Donnerstag. Nach Norden so 21 Grad. An den Küsten bis zu 25, teilweise 27 Grad Richtung Landesinnere. Auch im Osten um die 26 Grad. Also meist verbreitet dann doch weiterhin sommerliche Wärme. Und auch am Freitag im Süden sehr warm bis heiß. Temperaturen hier in der Spitze 30 bis 31 Grad. In der Landesmitte um die 26 Grad. Im Norden 21, 22 Grad. Hier bleibt es deutlich wechselhafter. Ab und zu sind ein paar Regenschauer mit dabei. Später auch im Osten nach einem warmen Tag bis 28 Grad einzelne Schauer und Gewitter. Im Grunde typisches Wetter für einen Sommer in Deutschland. Erst Wärme, dann mal einzelne Schauer und Gewitter. Und der Samstag, da beginnt der Juli 2023. Wir schauen gleich mal auf die neueste Juli-Prognose. Ja, und der Juli beginnt eigentlich relativ entspannt. Viel Sonnenschein. Nach Osten und Südosten später einzelne Schauer und Gewitter. Temperaturen so 24 bis 25 Grad im Norden und Osten. Bis zu 26, teilweise 32 Grad rüber Richtung Rhein-Main-Gebiet. Der Blick auf den ersten Sonntag im Juli 23 bis 28 Grad. Im Westen mal ein paar kurze Schauer und Gewitter, ansonsten freundlich. Und dann Montag in einer Woche 24 bis 31 Grad. Ein Gemisch aus Sonne und Wolken, überwiegend trocken. Und morgen in einer Woche Dienstag 24 bis 32 Grad. Mal Sonnenschein, mal ein paar lockere, hohe Wolkenfelder. Ein Blick auf die Wetterkarte für heute zur Mittagszeit. Und da sehen wir diese Schauer- und Gewitterfront. Sie sieht einmal hier über Deutschland im Norden hinweg. Dahinter lockern die Wolken aber rasch wieder auf. Und die Sonne kommt zum Vorschein. Ja, und dann zum Dienstag, Mittwoch, bleibt es insgesamt auch wechselhaft im Norden. Dienstagnachmehr neue Schauer, teilweise auch Gewitter hier im Norden. In der Mitte und im Süden passiert relativ wenig. Erst in der Nacht dann einzelne Schauer auch im Westen des Landes möglich. Ja, ein Blick auf die Ensemble-Prognose. Die sommerlichen Temperaturen im Norden bleiben weitgehend erhalten. Meist um 25 Grad. Ab und zu mal einzelne Schauer und Gewitter. Das ist der Trend bis zum 11. Juli. Wir schauen auch hier mal auf die Luftmassentemperatur im Norden in 1500 Metern Höhe. Und dann sieht man eigentlich sehr schön, das hier ist das langjährige Klimamittel der Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Wir liegen mal ein bisschen darunter, mal teilweise darüber. Aber meist pendeln wir genau um dieses Mittel herum. Also alles völlig normal für die aktuelle Jahreszeit. Und dazu einzelne Schauer und Gewitter. Ein Blick nach Westdeutschland. Hier eher weniger Schauer und Gewitter. Hier bleibt es meist längere Zeit auch mal trocken. Nur ganz vereinzelt ein paar Regensignale. Die muss man hier mal mit der Lupe suchen. Temperaturen 25 Grad, meist so hinten raus auch mal Richtung 30 Grad und mehr ansteigend. Und wir schauen in den Osten des Landes hier auch vereinzelt mal ein paar Schauer und Gewitter sind mit dabei. Temperaturen meist so im angenehmen Wohlfühlbereich um 25, 26 Grad im Osten des Landes. Also bestes Bade- und Ausflugswetter. Und wir schauen in den Süden des Landes hinein. Auch hier meist Temperaturen um die 25 Grad. Erst relativ wenig Niederschlag. Aber dann so ab dem Monatswechsel können es mal ein paar kräftigere Regensignale geben. Aber ob die am Ende auch eintreten werden, das müssen wir noch ein bisschen abwarten. Wie eben schon erwähnt, hopps, das war einmal zu schnell. Erstmal noch die Landesmitte. Dann geht es weiter mit der Juli-Prognose. Ja, wie gesagt, eine Landesmitte tut sich auch relativ wenig. Temperaturen gehen erstmal ein Stück zurück auf knapp um 20 Grad, dann Richtung 25 Grad Marke. Und auch hier gilt ab und zu mal ein paar geringe Niederschlagssignale. Und jetzt noch der Blick auf die Juli-Prognose. Hat sich auch relativ wenig getan. Ein bis zwei Grad wärmer als das neue Klima. Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Könnte, könnte, immer könnte der Juli 2023 ausfallen. In Sachen Niederschlag wird noch ein bisschen weiter nach unten gerechnet. Mittlerweile von Nord bis Süddeutschland teilweise doch deutlich zu trocken der Monat Juli. Nur hier im Osten insgesamt ausgeglichene Niederschlagsmengen. Also weder zu nass noch zu trocken. Wir bleiben natürlich beim Wetter dran und werden das verfolgen. Wir haben es ja erlebt im Juni die Prognose. Da hat sogar das CFS-Modell noch ein bisschen untertrieben. Der Juni ist deutlich zu warm ausgefallen bisher. Und auch in Sachen Trockenheit, ja, die ist da auch sehr ausgeprägt. Das war es vom Wetter am Montag. Später sehen wir uns nochmal wieder. Tschüss, bis dahin, macht's gut.